so herzlich willkommen wieder zurück hier bei topcube auf radiofam und jetzt geht's los richtig jetzt rufen wir ein cool mirror an so lass mal gleich mal anklingeln ich hoffe du hast deine letzte telefonrechnung bezahlt micha ich hab sie bezahlt ja es klingelt sogar schon hoffentlich ist ja auch zu hause richtig spannung steigt ja hi kadhi wie geht's hier muss ja das heißt muss ja ja ich habe ein bisschen problem im moment trojaner und so weiter und da bin ich gerade am camp zum gegneren ist ganz gut dass wir per telefon reden und nicht per skype oder so das stimmt da hast du ja die ständung gar nicht verfolgen können oder nein leider nicht also ich kann jetzt auch gar nicht auf meine e-mails und so weiter zugreifen weil ich halt angst habe dass die irgendwie passwörter von mir mitschneiden oder was auch immer also ich habe alles ausgemacht und einfach nur noch wie ein scan laufen und hoffentlich bin ich weg ja doch also drückt mir natürlich mal die daumen ja auf jeden fall wir können nicht gut hören ja also telefon funktioniert anscheinend und ja kadhi sag mal wie kommt man da eigentlich auf solche verrückte ideen wie du ja gute frage wie kommt man da drauf ja ja ich glaube durch blöde dialoge mit freunden und so weiter und wenn man selber die ganze zeit irgendwie ja sich irgendwie blöd unterhält und so weiter denkt man doch das ist so dumm das muss ich irgendwie hier in die synchro einbauen und so weiter ich erzähle immer gerne die geschichte von meinem freund der mal irgendwie kartoffelecken oder sowas gegessen hat und dann irgendwann meinte schmecken saunig wie pommes natürlich irgendwie klar natürlich das sind auch keine pommes und seitdem ist alles was nicht pommes ist also zudem sagen wir immer schmeckt saunig wie pommes und ja also durch blöden insider sprüche irgendwie die schreibe ich mir alle auf und ja ein running gag dann genau irgendwie und ich hab tausende von solchen sprüchen irgendwie auch in meine kleinen rhyme büchlein reingeschrieben und ich will das natürlich dann immer einbauen und ich verstehe dann auch nur die person die da an dieser bestreffenden situation dabei war drum wahrscheinlich auch die sieben gehirne oder ja natürlich genau der der satz mit dem ist auch nicht wie pommes der kommt ja glaube ich auch vor in einem dieser harry potter verarschungen sagen wir jetzt einfach mal richtig genau das sind parodien das sind keine verarschung okay das sind parodien schwelle ja ja neus synchronisation okay neushertonung gab es eigentlich in der beziehung schon probleme mit warner brussels mit denen speziell jetzt nicht so also ich glaube die haben jetzt da mein account wurde ja einmal gesperrt angeblich aufgrund eines systemfehlers okay und ja dann habe ich halt so angeschrieben ja ja was denn los und dann hieß es halt ja also warner brussels ist jetzt so ein neues system was irgendwie automatisch copyright zeug von warner brussels löscht und da war ich natürlich auch drunter mit meinen synchronisationen und es hieß dann ja irgendwie aufs Versehen wurde halt dein ganzer account gesperrt jetzt ist ja wieder da aber du solltest das copyright zeug doch löschen und so also indirekt wurde mir dann mitgeteilt ja ne aber gerade doch mal lieber er genau hat ja auch mitbekommen dass die ganzen filme jetzt mittlerweile nicht mehr direkt über einen youtube account zu bereichen sind sondern über eine externe seite mit der du wahrscheinlich auch rechtlich gesehen nicht am tut hast oder hoffen wir einfach mal nö also ich das ist ein privatserver und ja ich weiß nicht wie das weiter läuft also von warner brussels speziell ist halt nichts gekommen es war halt nur von youtube weil glaub ich jetzt warner brussels mit denen auch diverse verträge gekündigt hat auch so warner music und so weiter weiß nicht ob ihr das mitgekriegt habt ich glaube aber auch schon bekommen ja genau die ganzen musikvideos wurden down genommen irgendwie weil halt irgendwie warner brussels sagt so oh wir kriegen nicht mehr genug für geld von euch und so wir löschen jetzt mal ist hier kein vertrag mehr so ja genau aber hauptsache mit deinen synchroninstitutionen geht es weiter oder mal ist auf jeden fall noch ein paar fragen ja habe ich das ja doch ich hab's natürlich ja ich hab hier und zwar ja kadhi wie lange machst du das eigentlich schon synchronisieren oder wie kommst du eigentlich auf diese idee wolltest du das schon immer machen oder da gab es ja mal ein tolles zeige habe ich ja versucht damals in diesem interview mit corinna und quink zu beantworten was irgendwo in schlechter qualität auch auf meinem kanal drauf ist und zwar hat es alles angefangen hat sich ja mit meiner besten freundin corinna zusammen im wohnzimmer gesessen habe und wir irgendwie star trek zusammen geguckt haben und ja dann haben wir einfach irgendwann weil wir alle folgen schon auswendig kann mal den ton ausgemacht und einfach so mitgelabert und das fanden wir so lustig also ich weiß nicht wie waren acht jahre oder sowas damals auf jeden fall sind wir noch zur grundschule gegangen und so damals haben wir das noch sprechblasen genannt und irgendwie in der grundschule oder sowas haben wir auch uns gegenseitig immer so kleine schnipsel in unsere heftchen geklebt und jeder musste dann eine sprechblase dazu machen was die leute so sagen und das ist halt so ein kleines hobby von uns geworden und das ist eigentlich immer fortgelebt aber ich habe das halt nie wirklich aufgenommen das war halt immer nur so zu spart wenn es wirklich langweilig war und irgendwann jetzt so 2006 als ich angefangen habe zu studieren habe ich halt wirklich eine vernünftigen pc bekommen und habe auch das internet entdeckt unter anderem auf youtube und dann habe ich halt gesehen okay da gibt's schon neue synchronisation von harry potter und zu der zeit war ich halt ganz dolle harry potter fan jetzt natürlich auch immer und dann dachte ich so es ist irgendwie so jetzt nicht so super lustig so musst du mal selber was zu machen und ja dann bin ich halt auf die idee gekommen harry potter sind groß zu machen und ist sehr komischerweise ganz gut angekommen genau man merkt ja dass es sehr gut angekommen ist und wie man auch an einem 36.000 abonnenten sehen kann und einer riesigen cold community die unseren kompletten folge obend hat hier auf der radio genau eigentlich soll ich ja anhören aber irgendwie dann irgendwie der server voll oder so genau das kann sehr gut sein wie gesagt also das ist heute voll ja aber wir nehmen ja alles auf und setzen das ganze natürlich auch auf youtube schicken das ganze und dann kann es auch jeder mitbekommen ja ich denke ich habe die von der leid leistung ab hängt natürlich ja ist alles eine finanzielle geschichte ja es ist ja ich habe natürlich sehr gelacht über ein videos lachen natürlich immer noch drüber ja aber ich hätte nie gedacht dass du wirklich kunstwissenschaft und philosophie studierst ja das ist schon sehr verwunderlich ein bisschen finde ich ja also ich war in kunst immer am besten in der schule und habe dann irgendwie natürlich gedacht ja das ist nur das einzige also ich bin halt kreativ künstlerisch eher veranlagt und dachte halt okay das ist das einzige was ich wirklich was drauf machen kann und dann habe ich mich an diversen bildenden künste hochschulen beworben war aber noch nicht so geskillt dass sie gesagt haben die müssen wir unbedingt haben und so weiter und habe dann auch zwei absagen bekommen und letzten endes dachte ich dann na gut irgendwas mit kunst ja hier was gibt es noch so in bremen ja kunstwissenschaft ok nehme ich das einfach eingetragen und angenommen worden zack und jetzt studiere ich das und glaube ich so schnell kann es gehen das ist jetzt nicht so mein allerherzenswunsch gewesen kannst wissenschaft zu studieren sondern ja es ist einfach das was da war und es was mich interessiert hat und ja warum nicht und darauf kann man ja auch noch aufbauen ja im wievielsemester bist du ich bin jetzt im fünften also muss glaube ich noch muss noch eins machen und dann sehen wie es weitergeht also sechs monate noch oder bis oktober glaube ich und was machst du dann danach hast du da schon eine vorstellung irgendwie ich habe eigentlich noch überhaupt keinen plan ja aber ich habe überhaupt keinen zukunftsplan ich bin ja überhaupt überrascht dass es mit youtube geklappt hat und wahrscheinlich museums rumführerinnen geworden wahrscheinlich oder so was ja er sehr schade gewesen wäre aber ja natürlich also aber jetzt denke ich muss irgendwie darauf aufbauen dass ich videos nach und irgendwie das stimme verstellen kann und jetzt das hat irgendwie alles über den haufen geworfen jetzt weiß ich nicht ja konzentriere ich mich jetzt voll auf dieses künstlerische oder doch mehr auf dieses witzige unterhaltsame und ich glaube letzteres würde mich auf jeden fall weiter bringen und ich habe auch das wird wahrscheinlich mehr spaß machen ja und damit würdest du auch nicht so viele leute enttäuschen weil wahrscheinlich viele enttäuscht werden wenn nichts neues mehr von der damen am mcdrive das ist doch cold mirror ja mein traum ist ja immer noch in der videothek oder so zu arbeiten ja ja da kann es eigentlich das wäre das beste aber ich weiß nicht ob die mich dann arbeiten lassen wenn die wissen was ich mache mit dem video wahrscheinlich nicht okay das ist natürlich gefährlich das bisher nur harry potter filme eigentlich ja verarscht oder synchronisiert kannst du dir vorstellen auch mit einem anderen film zu machen also ich sag immer ich glaube es ist weniger herz bei einem anderen film dabei weil ich halt wirklich fan davon bin was sein kann ist dass ich zum beispiel dass ich lieblingsfilme von mir nehme irgendwie star trek irgendwas oder so weil ich die auch schon zehntausend mal gesehen habe oder er halt müssen halt immer filme seine den viel gesprochen wird und in denen auch ernste themen besprochen werden weil man zum beispiel einen witzigen film nimmt und den versucht irgendwie noch witziger zu machen das ist irgendwie sinnlos dann ne ich habe ja zum beispiel auch mal will den film ja auch nicht so also ich sag mal ich habe nichts dagegen aber ich werde erstmal harry potter weitermachen und weil ich da sozusagen schon diese charaktere habe und wenn ich jetzt einen anderen film nehme wird es darauf hinauslaufen dass wieder ein charakter wie brishtilio oder sowas schon wieder vorkommt weil irgendwann meine stimmenbandbreite auch ausgereizt ist und nicht richtig